Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. In der letzten Folge sind wir eingebrochen und haben einfach mal alles durchwühlt. I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. Oh mein Gott. The Blackwell Totem. Das Wesen der Berichterstattung seit 1898. Ist der Vortex Club ein Kult von Juliet Wetson. Einer der einflussreichsten und langlebigsten sozialen Gruppen Blackwells, der Vortex Club, wurde zu Beginn der 80er als Ausdruck der New Wave Rebellion gegen die Yuppie-Kräfte der Regan-Ära gegründet. Stellt euch eine Zeit vor, in der Computer-Nerds in Mülltonnen gestopft wurden und blaue Haare ein Grund für einen Verweis und sogar Gewalt waren. Männliche Schüler mit Ohrring wurden gemobbt und geschlagen. Heute hat jeder Football-Spieler zwei oder drei exotische Piercings. Der Vortex Club war also einst ein Zufluchtsort vor dem Gruppenzwang, den jede Generation erlebt. Wie ironisch es ist, dass die revolutionären Wurzeln gesellschaftlicher Sonderlinge zu etwas geworden sind, das einige Schüler als elitären Kult beschreiben. Oder ist dies bloß Neid auf eine von Blackwells erfolgreichsten Organisationen? Wir versuchen Vortex-Mitglied Victoria Chase zu interviewen, aber sie verweigert jeden Kommentar und versucht sogar, die Veröffentlichung dieses Artikels zu verhindern. Tja, scheint so, als wäre es ihr nicht gelungen. Und das auch zum Glück... Oh, falsche Taste. Kamera. Ja, ja. Ich kenne mich nicht aus, aber ich hasse sie auch. Wie ein Kümmerz-Miststück. Hm. Eifersucht. Sie ist eifersüchtig. Hm. Sie ist ein Ticket für eine Ausstellung. Victoria ist ein wirklicher Jefferson-Gruppie. Yep. Zeitung. Zeitung haben wir schon gesehen. Tablet. Nein, Officer, ich bin nicht snooping. Ich bin nur die Viktoria-Küttungs-Tag-Tag-Tag. Das ist ein guter Kommentar. Sie wird einen 3D-Printer für ihre Dorm-Rum? Vielleicht werde ich ihr Posse joinen. Ja, gute Idee. Boutique 8 Tech. Erschaffen Sie Ihre Zukunft. Springen Sie ins 22. Jahrhundert mit dem Tezuka 3D-Drucker. Kreieren und produzieren Sie Ihre Vision. Heute bestellen. Auf morgen vorbereitet sein. 3.600 Dollar. Ja, ja, doch, das ist ein Preis. Ein Preis, den ich nicht unbedingt bereit wäre zu bezahlen. Ist sie das? They should call this series aloof. Cold and soulless. Kinda like Victoria. Haha. Perfekt. Yes, I get it. Enter the Vortex Club. No. Gute Idee. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Natürlich, wenn du die Möglichkeit hast. Yes, Victoria has the best retina screen laptop. Let me just check, to see if she posted my picture. Ist jetzt doch gelöscht. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Boom. This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Taylor, es tut mir wahnsinnig leid, dir mitzuteilen, dass ich gerade Juliet und Dana verarscht habe. Ich musste Juliet bloß sagen, dass ich einen ekligen Sext von Dana und Sex auf Sex Handy gesehen hatte. Die blöde Kuh hat mir geglaubt, also rechne ich jeden Moment mit einem Amoklauf im Wohnheim. Das hat Juliet verdient, dafür, dass die Schlampe mir Zack weggenommen hat. Was Dana angeht, wen kümmert's? Hol das Popcorn raus. XO. XO. WC. WC. Wow. Ich bin kreativ. Ah, da ist es. E-Mail drucken. WC. Ja, die Amerikaner. Doch, die Amerikaner müssten eigentlich wissen, dass WC Toilette ist. Das müsste bei denen doch auch sein, oder? Ich hab keine Ahnung, aber ungünstig. Also, stimmt, für den ist es... Hm, VC. Hm, egal. Oh, ich hab was unterbrochen. Äh, passiert. Und wir verlassen ihr Zimmer. Dramatisch. Juliette, read this. Of course. Dramatisch. Dramatisch. Alles klar. Vielen Dank. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ne, Spaß. Das wäre ja viel zu kurz. Kommt drauf an. Ist doch gut. Wenn sie Sport mag. Oh Mann, die Waage ist bescheuert, aber... Warte, sind das? Nein, das sind keine. Glück gehabt. Ich war kurz davor, vollkommen auszurasten. Was ist das? Ähm... Kannst du ihn einfach vor ihr jetzt in die Hand nehmen und anschauen? Oh... Sie ist... Sie ist... Ich hab die Macht! Ups. Ich hab die Macht ein bisschen zu sehr ausgenutzt. Aufkleber. Dana, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hast. Ich weiß, ich tue vor allen anderen so, als sei ich tough. Aber das war bei dir nie nötig. Ich verdiene dich nicht. Du hast gesehen, wie ich den Schwanz eingezogen hab. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. XO, Logan. Ich glaub, Logan ist ihr Freund. Und ich glaub, der ist auch der, der sie... ...schwanger gemacht hat. Dana wirklich schrecklich ist, wenn du das alles schrecklich fühlst. Hey, Dana. Serious, danke wieder. Ich kann nicht glauben, dass Juliette mich in meinem eigenen Büchern steckt. Real mature. Dana, ich bin nicht versuchen, zu sein, aber ich habe eine Ruhmung über dich. Was? Wer hat dich gesagt, ich war pregnant? Keiner wichtig, sie einfach so wie es blöde war. Ich wollte dich wissen. Es ist wie ein verdammt Realität, hier. Kannst du ein Geheimnis, Max? Of course. Ich war pregnant. War. Oh. Was ist das andere? Das wäre Vater. Du kannst ihn auf der 40-Jahren-Line dieses Freitag. Und es ist nicht Zachary. Wer dann? Und du musst mich nicht sagen. In Faktion, du besser nicht. Ich liebe deinen Geheimnis, Max. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Logan war nicht ihr Freund. Ich glaube, Logan war der, der sie... Okay. Yep. Und wenn wir jetzt den Schwangerschaftstest nehmen, ist er trotzdem noch angepisst. Wetten? Uh, Dana's Facebook-Wall ist up and running. I shouldn't look. Und trotzdem tust du es. Of course, a popular cheerleader like Dana would have a million friends. So fascinating to get a peek into Dana's social media world. And yes, Max, so terribly wrong. Sie hat doch nicht eine Million, Freunde. Nur tausend. Sagt der Richtige. Ich war es mit meinen fünf. Juliette. Hey, Süße. Danke für die kleinen Geschenke. Trevor. Was geht, Dana? Justin belegt die Couch mit Super Mario. Wenn du willst, kannst du rüberkommen. Was rauchen und spielen. Oder wir gehen spazieren. Sag Bescheid. Ich bin hier. Immer noch hier. Hallo? Vielleicht war es aber auch Trevor. Okay, es geht uns nichts an. Wir nehmen einfach den USB-Stick und dann lassen wir besser den raus. Was war das denn? Okay. Mutterschaftsbuch. Ach, jetzt haben wir es... Wie man eine tolle Mutter wird. Von Dr. Bill. Radiomoderator. Nationaler Bestseller. Ja. Immerhin hat sie abgetrieben. Also, versteht mich nicht falsch. Normalerweise bin ich gegen Abtreibung. Aber in so einem Fall wäre es doch schon besser. Okay, jetzt schauen wir mal. Ich warte gern ewig hier draußen. Lebe den Parkplatz. Ich kann Autos zählen. Je mehr SMS, desto langsamer. Auf dem Weg. Bye. Er will eindeutig, dass wir jetzt langsam kommen. Also werden wir auch genau das tun. Ja, genau das habe ich auch gerade gedacht. Alissa. Ups, das wollte ich nicht. Sorry, 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 sorry. Warnen. Und das ist, obwohl ich eigentlich ein Bösewicht bin. By the way, danke. Aber wir sind keine Freunde. Ich weiß, Blöku. Ich will auch nicht mit dir befreundet sein. Yo. 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 Gut, dass ich keine Interviews mit dir führen will. Blöck. Such dir auch Hobbys. So, don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. You can't fool me. I know everything about this school. I cover the waterfront. So you better figure out, what side you're on. Please, leave me alone. Wie hat er nicht gemerkt, dass sie ein Foto gemacht haben? Es hat geblitzt. I hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Max. Man, I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. I could rewind and try something different. All right. Andererseits, wenn wir uns einmischen, wird er uns, wird er ebenfalls sauer auf uns sein. Und das war ja schon, als wir aus der Toilette rausgekommen sind. Und außerdem kann das Foto uns noch irgendwann nützlich sein. Wenn da steht, wenn ihr eine Wahl habt zwischen, wenn da hätte gestanden, zuschauen oder eingreifen, hätte ich natürlich eingegriffen. Aber wenn da steht, Foto machen, das muss dann schon einen Hintergrund haben. Das muss schon, das war schon richtig. Jetzt plagen dich natürlich die Schuldgefühle, aber glaub mir, das hat schon alles seinen Sinn. Ich will das nicht wirklich wissen. Bin ich die Einzige, die vom Internet mittlerweile so ruiniert ist, dass sie bei MLP, My Little Pony, automatisch denkt? Und ich mag die Serie nicht mal ansatzweise. Wirklich. Naja, ein Vermisstenposter gibt es auch noch. Aber sobald ich immer diese Abkürzung sehe, weil mich das Internet so kaputt gemacht hat. Tonerks Käse. Ich habe ein Easter Egg gefunden. Breaking Bad. Ja, ich weiß nicht. Wir hätten ein Foto von der Fotowand machen können. Ein Foto vom kaputten... Ach. Egal. Ich habe ja bereits gesagt, ich bin nicht hier für die Fotos. Sondern... für die Story. Wenn es so sehr danach schreit, dann tu es. Es ist nicht eine schreckliche Fenster, falls jemand mir schreibt, dass ich es mir schreibe. Und immer dieses Gesicht. Ich kann das Bild für eine Serie auf Arcadia Bay Lottes benutzen. Komm schon hier! Bitte! Nein, wir müssen erst mal... Was ist das? Sorry, du musst dich wissen, wie Zachary zu wissen, wie Zachary. Ach, ich wünschte, wir könnten mehr für Menschen tun. Das klingt jetzt seltsam. Ich habe das nie gesagt. Warren! Was? Dein Auto? Du hast ein Auto! Ich mag alte Autos. Schau mal meine neue Autos. Cool, sehr altes. 1978, zu be exact. Jetzt können wir zum Fahren gehen. Es gibt eine in Newburgh, nur 60 Meter entfernt. Du bist in der falsche Zeit, Warren. Aber dann, so bin ich. Du bist okay? Es war ein verrückter Tag. Ich glaube. Ich habe das, dass Victoria eine Gesichter mit einer Art Schreie hat. Ich würde Geld verdienen, um eine Fotos zu sehen. Wirklich? Ich wünsche mir das, dass ich das wissen. Du wahrscheinlich hätte eine Kickstarter-Kickstarter gefunden haben, nur für diese eine Bildung von ihr, in der Farbe. Ich hätte das wissen können. Insofern, Victoria hat meine Fotos verloren, also dieser Drama endet gut. By the way, I saw Daniel's sketch of you online. Not bad, but I could do a much better job. You can draw? I thought you were blinded by science, not art. Art is science. Music is math, etc., etc. I'd put Stephen Hawking against Picasso any day. Hardcore. So you must use a computer to draw. Of course. I'd love to tweak one of your selfies with some cool graphics. That might not suck. I'll let you know. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Yeah, thanks. You had some cool shit on there, from Akira to Twilight Zone, which seems apropos today. I consider myself a pop, cultural, pirate, connoisseur. That does sound better than thief. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Have you seen it? I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can't a sensitive high school boy love sensitive vampires, too? So you're sensitive. No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Russ Mayer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. I need to talk to somebody, just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren. This is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you saw. Now! Answer me, bitch! What are you talking about? I know you're new here, but don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know that Prescott's own this shithole. Then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Take a step back, Nathan Prescott. Oh, man. You're telling me what to do? Get away from her, dude! Hey! Leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, or that whore in the bathroom! Max? Chloe? No way. You again. Go! Go! I got this! Get in, Max! Get your punk asses out of there now! Don't even try to run! Nobody! That's easy. Nobody! Man, Nathan Prescott is messed up and dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After five years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Okay. Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beat down for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? I guess. It was cool, but I felt kind of lonely out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Of course, it's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait five years without a call or even a text. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. I don't know. I don't know. I don't know. I'm not sure again. Willkommen zu Hause, Max. Jetzt wird es schön. Jetzt wird es toll, hoffe ich, glaube ich, weiß ich nicht. Okay, aber natürlich werde ich mich zuerst umziehen, also umziehen, genau, umsehen. Oh ja. Bilder, das steht auch da drauf, Mädchen. Das ist schmerzhaft. Ich will dieses Poster sehen. Vielleicht steht da jetzt ein neuer. Das Postcard ist von Rachel Amber. Vermisse dich, wünschte, du wärst hier. Wretch. Das klingt, wie irgendwas kaputt ist, aber na gut. Und ich merke gerade, es wird Zeit für eine Aufnahmepause. So, perfekt. Alles klar. Tschüss. 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 Tschüss.